Und hallo und herzlich willkommen zurück, äh, wie hieß die Map? Filmchaos, oder so? Filmchaos, Filmchaos. Ja, äh, letzte Runde habe ich ja wieder nach einem Kampf um Leben und Tod nach 28 Minuten verloren. Alter, wie unfair ist das denn? Oh ja. Na gut, vielleicht waren es doch bloß 8 Minuten in der letzten Folge. Warte. Ach, das ist ja wirklich ein richtiges Filmset hier. Aber, ja, fies, fies, fies. Aber meine sind alle oben. Alle oben. Ja, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Scheiße. Oh, Ranz, Randy, pass auf. Ja, ich dachte, die Brust hätte. Wie er nickt. Ja. Ja, natürlich. Das ist für dich da unten. Richtig, die Brust hätte irgendwas an Fassi schossen. Oh, zwei Fässer gleich hier. Oh, wo der ist. Das ist ja Wahnsinn. Warte mal. Oh, dieses Jetpack. Hallo, Son Goku. Oh, Mann. Äh. Start talking. I'm all here. Das ist das Übliche. Nein. Nein. Ja, aber das Problem ist ja, du kannst es ja bloß einmal machen, weil das Jetpack ist ja nur mal bloß einmal da. Ist das richtig? Und jetzt, ja, kommt natürlich unten wieder so ein Medikit. Och. Hängt auch so auf der Kante. Hm. Ah. Randy, mach's gut, Junge. Was? Was schön mit dir. Oh, mein Stinken ist tief, oder? Die Narm. Oh, Gott. So, warte mal. Silagoth hat die Feuerkraft erhöht. Naja. Will ich Schaden anrichten? Ja, natürlich. Äh. Tja. Oh, wehe. Ich treffe den jetzt nicht. Ja. Oh. Guter Treffer. Hm. Hä? Scheiße. Was ist denn da ins Wasser geplumpst? Oh, Glück gehabt. Hä? Was ist denn da ins Wasser geplumpst, wenn nicht der Wurm? Das weiß ich nicht. Vielleicht irgendein Teil von irgendwas. Es hat richtig flumps gemacht. Darum dachte ich, Mut und Roshi ist da rein gefeiert. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gehört oder so nicht gesehen. Äh. Boah, stinkender Steve, ey. Das ist jetzt ein richtiges Tier. Ja, nu komm mal weg. Das Ding. Das ist wirklich ein bisschen doof, ja. Aber vielleicht muss man, wenn man das Jetpack hat, äh, mal wechseln. Dass man den Jetpack, äh, Bazooka, und dann kannst du ja von der Bazooka nochmal woanders hin wechseln. Oh, wüsst nicht. Müß man halt mal irgendwie probieren, ja. Oh, das, das könnte jetzt fies wuppern. Oh. Ist eine Gefahr für die Umwelt, ja. Verdammt. Oh. Falsch. Muffel Mike, er lebt noch, er lebt noch. Ha, Schuh. Ach, jetzt macht er dat schon wieder. Jetzt macht der dat schon wieder. Danke, aber gut getroffen. Ich hab das nicht mehr aus der Kameraperspektive gesehen, dass ich den hochgekrabbelt bin. Oh, Mann. Hab ich noch keine, keine Lösung für das Problem. Ja, sie muss. Hab ich noch keine, keine Lösung für das Problem. Ja, ich hab ich noch nicht. Überhaupt nicht. Ah, schön. Ich hab auch keine Zeit mehr. Nee. Probier jetzt mal. Schieß auf die Beenden da unten. Oh, nein. Echt jetzt. Ja, ja. Oh, scheiße. Man hat doch schon an ihn gekriegt. Ja, toll. Aber wer sitzt im Boden fest? Der klärger Kevin. Ja, ist doch gut. Hast du sehr gut gemacht. Und er hier sitzt so dämlich hinter dieser Leinwand. Den kriegst du halt nicht. Oh, jetzt ist doch auch noch was. Ey, Sonny, warte. Jetzt komm ich da nicht lang. Warte mal. Moment. Moment, Moment, Moment. Das geht. Raffiniert er ist. Mit dem Zitterknie. Nicht musst du ganze blöde Namen aussingen. Das kann ich auch. Oh, ja. Hat ein bisschen was geschafft. Oh, ja. Ja, toll. Toll. Stimmt, der kommt ja nicht weg. Der kommt nicht weg. Der kommt nicht weg. Ist vollkommen nicht weg. Schön, dass sich das so freut. Mein, 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 ey. Oh, ich hoffe, ich treffe. Oh Gott. Oh nein. Ist mir warm. Ist mir warm. Das war auch schon was. Ich will meine Jacke erst mal ausziehen. Oh Gott sei Dank, er ist nicht. Das war's eigentlich voll. Oh, ich will meine Jacke erst mal ausziehen. Ist mir warm. Selber in den Boden gerammt, ey. Und angespitzt. Oh, Muffel-Mike, ey. Muten-Roschi beschützt mich wenigstens noch ein bisschen. Ja. Aber nicht mehr lange. Oh, das ist ein Miele gewesen. Oh, scheiße. Kommt ihr denn hier? Oh nein. Alter. Oh, der hat noch Glück. Oh. Was ist denn im Wasserkatobut da passiert? Oh, der ist aber dran. Oh. Muss ich gerne die ganze Runde rumlofen. Kriechen. Oh, ey. Und er hängt ihm da immer noch vorm Rüssel rum. Unglaublich, unglaublich. Nein, geh doch weg da. Ey, wir müssen wir uns hier auch ab. Oh, schuldig. Ist Shenlong jetzt dran? Oder der Gesichtkriecher? Der Gesichtkriecher ist dran, Mann. Nicht so gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz weg hier. Ja, siehst du, erholt sich. Geh Angst, wir kommen gleich wieder. Geh Angst, wir kommen gleich wieder. Scram. Was? Scram? Oh. Tolle Muffelschaf. Ja. Richtig schön mit dem Rind. Oha. Boah, dieses Riesenloch. Oha, Stevie und Kevin hat nur nicht mehr so viel. Bestinkt, dass Steve ist, was? Boah, ey. Sag mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was denn? Das megt so. Immer wieder das Gleiche. Natürlich. Ferkel. Mal gucken, wo es jetzt hier geht. Auf die ganze abjahreste Art weise jetzt. Ist ja ungünstig. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir meinen, als ich hier explodiert. Ja, ist ja super ungünstig. Ach, scheiße. Das ist nur vergiftet. Ich dachte, der rotzt. Oh. Oh. Es hat gereicht. Ist ja blöd. Blöd. Hätte ich erst nicht gedacht. Okay. Du, ich auch nicht. So, wo ist er denn? Da unten ist er ja, der Kleine. Gibt es bloß diese beiden Teleportpunkte? Nee, oben ist noch einer. Ja, da oben. Ich dachte ja, ich komme nach oben. Es gibt, also drei. War ja gut. Das war ja jetzt dann Pech. Geringfügig. Vielleicht schießt du ja daneben. Ja, natürlich. Mit Absicht. Mist, die Kacke. Ich werde mich schreien und schreien. Ja, das ist erfasst. Winner! Winner! Ah, Mist. Das Portal hat mich, hat mich auf dem Gewissen. Ja, und das war halt ein bisschen doof gesetzt, das Portal. Ach, schade. Naja, manchmal ist das so. Manchmal verliert man, manchmal eben die anderen. Richtig. So. Ach, ja. Ja, was haben wir? Programm, liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Teilen. Stimulieren, strangulieren. Das waren die wichtigsten Sachen, genau. Ja. Der Rest ist Bonus. Genau. Ja, und dann, äh, na doch, ein paar Folgen haben wir ja noch vor uns. Ein paar Maps sind noch offen. So, zehn oder so. Ja, da sind noch ein paar. Ja, genug. Genug, auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch ein paar mehr Worms-Spiel. Aber, naja, obwohl, wenn wir die zehn haben, dann können wir, glaube ich, eine Worms-Pause machen. Ja, dann wollen wir, glaube ich, was anderes zeigen. Ja. Mal gucken, Bigfoot, da warten wir ja noch auf das große Update. Mal gucken, vielleicht passiert das ja innerhalb der nächsten Wochen. Ja, wäre ja nicht schlecht. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ja, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Jawohl. So, Nadin, macht's gut und schalte wieder ein zur nächsten Folge. Tschüss. Wenn es wieder heißen, wir mal kloppen. Ja, wenn es wieder heißen, wir mal kloppen, genau. So, auf Wiedersehen. Oh, wie will она? Das ist eine決asticsegefütte. 天in. Bewusst